Hallo, heute geht es um ein YouTuber-Treffen, was demnächst stattfinden wird. Und nicht nur demnächst, sondern schon diesen Samstag, also am 10.11.2012. Also auf jeden Fall werden meine Schwester und ich da sein, also Change Your Thinking. Dann noch XX, The Makeup Guru XX, die kennt ihr vielleicht. Und Zita Beautiness, heißt sie glaube ich. Also ich schreibe die Kanäle noch unten in die Infobox. Und auf jeden Fall werden wir alle da sein. Und ja, wir werden um 14.30 Uhr bei dieser Statue am Hauptbahnhof stehen. Und ja, vielleicht kommt ja der ein oder andere, erwarten wir halt ein bisschen. Und wenn halt ein paar Leute da sind oder auch nicht, wenn nur wir vier da sind, dann gehen wir halt zu Starbucks oder irgendwie sowas. Und einfach so gucken ein bisschen in Hannover rum. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Zuschauer von mir auch dahin kommt. Und also ich finde Hannover ist eine sehr gute Stadt zum Shoppen, weil da natürlich einmal Primark und so weiter ist. Und auch noch die Ernst August Galerie, wo natürlich sehr viele Läden sind. Und deswegen finde ich, lohnt es sich dahin zu gehen. Und ja, wir werden auch zusammen ein bisschen rumgehen. Und ich denke mal, dass wir auch in die Ernst August Galerie gehen werden zusammen. Und ein bisschen die Läden durchgucken, in DM natürlich, Sachen swatchen, die neuesten LEs und so weiter. Ich schreibe nochmal alles Wichtige unten in die Infobox. Und ich würde mich riesig freuen, wenn jemand kommen würde. Ich habe jetzt nicht so viele Abonnenten, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering, dass der ein oder andere aus Hannover kommt. Aber es kann natürlich trotzdem sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du kommen würdest. Und dann sehen wir uns am 10. oder in meinem nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.